Herzlich Willkommen hier zur weiteren Folge auf der Karte von Friedenmarsch. Wir werden jetzt Heuschwan auf unserem Feld Nummer 23. Dazu probieren wir mal einen Kurs, da wir gleich noch Kursplay pressen werden. Wir werden ihn brauchen ein bisschen Heu. Den Kurs haben wir gleich speichern. Und zwar. Heu. Oh krass. Das ist ja egal, oder? Wir machen mal Klappen. Ich habe jetzt... 22. Heu. So. Ich kann ja arbeiten. Ich habe gerade die Beine kitzelt. Und wir haben die Tacker schon da. Wir pressen mal selber, oder? Wir müssen mal die erste Runde abwarten. Dann können wir uns mal gleich die Ballen einsammeln. Auch drum kümmern. Das machen wir zuerst. Wir haben erstmal unseren FKW geholt mit Dammelwagen. Weil... Dann lasse ich mal eine Runde fahren, ne? Wir müssen mal sehen. Das wird's dann... Ja. Jetzt haben wir Düngeraufgaben angenommen, ne? Das ist typisch. Wie gesagt, die Schweine kriegen morgen früh was zu beißen. Jetzt kriegen sie nix. Wir müssen ja noch genug haben bis morgen früh. Wir müssen mal sehen, dass wir Heu mit Dach und Fach kriegen. Also in der Halle rein kriegen im Prinzip für... Mischfutter. Dann haben wir gleich gebraucht. Dann haben wir noch ein paar Tage. Den Viehtransporter können wir hier wieder absteuern. Die nächsten Kälber kommen garantiert. Die nächsten Tage. Wir sprühen hier auch drei Tage zur Zeit. Und da... Es ist ja ziemlich kurz im Ganzen. Und dadurch ist es ja... Die Reparationsrate der Tiere etwas höher. So... Wir müssen Heu... Wir brauchen nämlich trinkend Heu. Wir haben zwar ein bisschen was doch. Aber... Es wird nicht reichen. Wir werden noch mehr Heu machen müssen. Ja... In den nächsten Wiesen werden wir verwachsen, ne? Der nächste Winter kommt bestimmt. Da liegt er im Kran, du... Oh, ich... Oh... Nicht danach. Zu schnell gefahren. Bis zum Glück noch. Axtstufe 1. Sonst könnten wir hier nicht fahren. Ich will ja keine Runde drehen. Fahren wir halt mal schnell mal... Wieder runter, ne? Wird ja bald mit der ersten Runde fertig sein. Beim Pressen. Äh... Beim Fahrten. Und dann können wir gleich beim Pressen beginnen. So... Der ist auch noch Raps. Der ist schon reif. Meiner ist gerade mal grün. Der blüht auch nicht mal. Aber heute Nacht müssten dann die Wachstrukturen durchgehen. Gut. Jetzt schauen wir gleich mal die Dünge-Mission an. Dünge... Wo fahren wir jetzt hin? 43. Das ist wo? 43. 43. Da oben. Also, im Prinzip vom Hof weg. Geradeaus. Und dann... Schon da. Auf geht's. Was. War da aufgeklappt. Und stärker Daktorenkaufen. Gut und schwach. Schon bei Gelegenheit mal. Äh... Die Fahrt Kurse einfahren. Nebenbei. Das geht während der Schluss nicht. Da brauche ich ein bisschen lange, um das Pushen zu kommen. Und dann geht's näher. Ist ja auf dem Feld arbeiten. Da ist es egal. Da... Da bin ich gegen gefahren. So... Feld Nummer 43. Gas geben. Gas. So... 1... 2... 2... 3... 4... 5... Ja, heute ist Samstag. Kurz vor 7 Uhr. Woher mache ich mir den Haushalt? Muss auch mal sein. und noch ein paar Zibel einpflanzen draußen in der Dachterrasse, vielleicht heute noch. Wenn mal der große Ernteinsatz erwartet, dann können wir auch Stroh ins Lager fahren. Aber das dauert noch ein bisschen. Das wäre so ein kleiner Wald, da kommt man so nebenbei, klein ist gut, denn die anderen Bäume werden so ein wenig. Na, im Winter stelle ich um. Drei Tage auf keinen Fall, also das, wahrscheinlich sechs, mal sehen. 43 war oben rechts. Wie an der Birkenallee, in diesem Birken zu Ende. Ist die Wiese die 43? Wahrscheinlich. Das große ist die 45. Ah, das ist die Wiese. Ich war hier noch nicht oft. Da ist keine Niveau, das ist etwas anderes. Weizen, die erste. Keine Ahnung. 43, da sind wir. So. Kurskenerierung. Und. Action. So. Schicksal. Düngerstreue. Komm. Lass mal in aller Ruhe fertig pressen, das sehe ich schon kommen. Dann fährt er wieder wie blöd drauf ein und das ist jetzt unser Mistfreuer. Düngerstreuer. So. Wo fahren wir hin heute. Und da werden wir immer volltanken, ne? Das ist ein kleines Teuer. Dünger. Dünger. N. So. Dann fahren wir. So. Nehmen wir die 48. Dann fahren wir. Oh. Wo ist das? Ah hinter der 47. Da haben wir. Ein großes Feld ist ungünstig. 43 sind bei. 42. Feld 8. Feld 8. Feld 8 wäre wir warm. Feld 8 müsste oben sein, wo die 10 ist. So. Oder vor dem Seegebirg rechts weg. Feld Nummer 8 gleich rechts, das passt. Gleich hier angekommen, da ist ja nichts drinne. So, 2, nehmen wir gleich mal. So, da fahren wir dich hin. Du warst ziemlich groß, da könnten auch 47 fahren oder 48. Das war sogar verkehrstechnisch gesehen von hier gleich links. Der Abend hätte erst begonnen hier im Spiel. Von daher noch kein Feierabend. Im Sommer ist ja spät Feierabend. Also meistens sehr spät. Schätze ich mal gegen. Wenn bei der Ernte das Stroh nämlich nass wird oder das Getreide nass wird oder feucht, dann ist Feierabend. Aber lange schlafen ist dann auch nicht. Dann heißt es früh die Maschinen wieder herrichten, warten, pflegen und und und. 48 Grad aus. Da fahren wir jetzt hin. Hinterm Deich. Wieso ist hier ein Deich? Ich komme jetzt hier runter. Da hinten irgendwo. Aber ich fahre jetzt hier runter. Ich bin aber erstaunend, dass das behält. Gut, angekommen. Hat keiner gesehen. So, jetzt berechnen. 48. 2. Zurück. Und. Action. Der erste ist fertig. Die erste ist fertig. Die erste ist fertig. Die nächste ist fertig. dann fährst du jetzt 46 wäre ganz gut haben wir das 64 haben wir 46 jetzt haben es auf jeden fall das ist jetzt auch freude gewesen sein wir sagen wahrscheinlich dank muss reinschauen dann seid mal tschüss und tschau tschau ich hoffe es hat heute spaß gemacht gefreut mir natürlich freuen wenn die morgen da sein